Die Mikrofasertücher von PureClean. Für jede Anwendung das richtige Tuch. Kein Einsatz von Reinigungsmitteln. Besonders saugfähig. Kein Nachpolieren. Absolut fusselfrei. Jetzt wird Sauberkeit zum Kinderspiel. Mit den PureClean Mikrofaser-Allzwecktüchern reinigen Sie streifenfrei, ohne nachzupolieren. Die Mikrofaser-Allzwecktücher für alle Bereiche im Haus eignen sich zum Polieren, Staubwischen und Trocknen. Und das Beste? Die Allzwecktücher trocknen mit nur einem Wisch rückstandslos. Alles sauber. Kein Nachreiben, kein Nachtrocknen, kein Nachpolieren. Die Mikrofaser-Allzwecktücher können als Trockentücher, Staubtücher und Reinigungstücher verwendet werden. Das Mikrofaserspül- und Putztuch Duo. Das Tuch mit den zwei Seiten. Kurze Fasern für die kraftvolle Schmutzaufnahme und Reinigung. Die weiße Seite mit den langen Fasern für vollendeten Glanz und das Polieren empfindlicher Oberflächen. Die besonders saugfähigen Mikrofaser-Geschirrtücher bringen strahlenden Glanz in Sekunden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Glas oder Porzellan handelt. Das Mikrofaser-Duo-Tuch. Das zweiseitige Tuch für Feines und Grobes. Die Netzseite bringt Ihnen Sauberkeit bei besonders hart verschmutzten Flächen. Setzen Sie die feine Seite zum Polieren, Reinigen und Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten ein. Zwei Bodentücher, die sich besonders zur Reinigung von Parkett und sogar Steinböden eignen. Ein Tuch mit weicher Oberfläche für Parkett und glatte Böden. Und ein Tuch mit rauer Oberfläche für die perfekte Reinigung von Steinböden. Die Mikrofasertücher von PureClean. Für jede Anwendung das richtige Tuch. Kein Einsatz von Reinigungsmitteln. Besonders saugfähig. Kein Nachpolieren. Absolut fusselfrei. Mikrofaser-Allzwecktücher. Mikrofaserspül- und Putztücher. Mikrofaser-Geschirrtücher. Mikrofaser-Duo-Tücher. Mikrofaser-Bodentücher. PureClean. Fünf Tücher für alle Bereiche im Haushalt.